Hallöchen und willkommen zurück. Hier ist euer Foxy's E-Team. Wir haben uns ja diesmal neue Fahrzeuge geleistet. Oder sagen wir, jeder hat sich ein neues Fahrzeug geholt und das haben wir das Q-Fahrzeug genommen. Richtig schönes Modell. Und ja, das möchte ich euch heute gerne mal zeigen und ja, manchmal albern wir da auch ein bisschen rum. Am besten sie schauen euch das mal an. Und ja, ihr habt ordentlich Turbo. Also viel Spaß beim Video. So, das sind also unsere neuen Fahrzeuge. Die heißen FAKA oder so ähnlich. Keine Ahnung. Niemand wusste, wie man die ausspricht. V-A-C-C-A. So buchstabiert man die. Ja, sieht doch alles ganz cool aus. So die ganze Q zusammen. Ja, manchmal albern wir hier auch ein kleines bisschen rum, wie man sieht. Da guck mal, MacGyver kriegt ihn auf die Schnauze. Gray Fox Alpha. Ja, läuft weg. Und hier, komm her. Was willst du? Hau nicht nochmal. Und da kommt ein dritter. Und nun kommt die Prügelei hier. Aufstande. Da kommt vier. Alle mischen sie mit. Und da geht die Schlägerei jetzt richtig los. Und Tati haut dazu. Und ich krieg auch noch einen weg. Und ich werde hier nur vermöbelt. Wer Gyver hat eben gerade die Daumen geholt. Er freut sich. Ich geh lieber in Deckung. Respekt. Oh. Ja, Gray Fox Alpha hat sich gerade selbst erschossen. Ist echt geil. Ja. Das ist so kleine bisschen Albernheit. Aber gleich kommt die Härte noch. Das Video geht alles noch ein bisschen länger. Ja. Weil da gleich noch was Interessantes passiert. Aber dazu kommen wir gleich noch. Ja, guck mal. Alle freuen sie sich. Da steht er mit der Pistole. Oha. Na, steck ein. Wollen wir hin. Alle leuchten sie auch schön mit. Neon unten rot. So, und auf jeden Fall ziehen wir uns auch alle gleich noch mal so ziemlich anders an. Guck mal. Hier geht schon wieder das Geld Prüge los. Ja, zack, zack. Und alle gehen auf die Schnauze. Und Westling. Und ja, da zack. Geh wieder auf die Schnauze. Und ja, Tati haut Gray Fox Alpha und schupps noch mal. Und da geht's noch mal zurück. Und hat die Lichter. Die hat ein Saunter rückwärts gemacht. MacGyver nimmt die Klippel und schlägt noch mal drauf los. Guck mal einfach fertig zurück. Und. Nehmt sie die Bistolekolle. Und zack. Und haut zu. Und MacGyver legt. So. Weiter gibt es immer Leute, die uns ein bisschen ärgern tun. Aber meint ihr, dass sie sich vielleicht doch ein bisschen an so viel Ruhe annehmen? Und es kann da ordentlich Ärger geben. Schauen wir sie sich das selber an. Das will man abends alles umziehen. Ja, sieht doch alles ganz nett aus. Und. Einer hat uns, äh oh, einer macht einfach Ärger. Zack, gut. MacGyver. Na gut, hier haben wir einfach abgeschossen. Immer diese Ärger. Oh, ich lauf auch noch gegen Auto. Na wo ist er? Der wird jetzt gejagt. Na wo ist er? Da hinten stehen wieder unsere Fahrzeuge. Unsere schönen neuen. Dort in der Pfung. Ich glaub, dahinten dürfte er stehen. Da verfolgen wir ihn doch gleich mal. Ja. Ja. Okay. Zu Fuß ist jetzt alles immer bisschen schwieriger. Oh, ich glaub, ihr wart schon erledigt, oder? Ich hätte nur geballert. Ja. Ja, nun. Und wenn wir das zu Fuß nicht schaffen, dafür haben wir unsere neue Fahrzeuge. Dann gehen wir ihm einfach nur Gas. Bis wir ihn vielleicht sogar noch mal kriegen. Ja, so, da sind wir doch unterwegs. So. Dankeschön fürs Mitnehmen, Gray Fox. Und los geht's. Wir jagen ihn. Den jagen wir aus dem Spiel. Ja. So, los. Den holen wir uns. Er fährt weg. Sich auf der Karte. Er hat sich ein Auto genommen. Er macht jetzt den Pissmann. Hat er Angst gekriegt. Na. Da hol ich mir. Nein, no. Verdammt. Ah, nein. Verdammt, verdammt. Go. Gray Fox, da. Gray Fox, du bleibst dran. Ich komm auch schon wieder. Ja. Gut gemacht, Gray Fox. Du hast ihn. Ach, wer sag's denn? Da hat ja unser Gray Fox Alpha ihn nochmal erwischt. Also, ganz ehrlich. Man sollte uns einfach nicht ärgern. Wir wollen einfach nur auf die Karte spielen und niemand etwas Böses. Okay. Wer also Streit will. Ach. Sollte dich besser nicht mit dem E-Team anlegen. Und sonst. Ab nach Hause jetzt. Jetzt wird nach Hause gefahren und erstmal ne Runde geschlafen. Gut. Denn liebe Grüße. Euer Foxy's Artie. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.